Wir bereiten uns gut drauf vor und trainieren. Wir wissen, was für ein Gegner uns da erwartet. Vor allem, glaube ich, an der alten Försterei lange umgeschlagen. Aber wir wissen trotzdem, wie man sie knappen kann und probieren das dann natürlich umzusetzen. Köpenick ist schon weit weg von mir, deswegen ist es natürlich trotzdem Berlin. Es ist trotzdem was Besonderes da zu sein. Ich habe an der alten Försterei auch selbst noch nie gespielt, deswegen freue ich mich auf die Atmosphäre und auf das Spiel. Ich glaube, dass die Mannschaften sich jetzt mittlerweile schon ein bisschen auf uns eingestellt haben und wissen, was uns jetzt die letzten Spiele ausgemacht hat. Deswegen stehen die wahrscheinlich ein bisschen tiefer und wir suchen vielleicht nach den Lösungen noch, weil das, wie gesagt, nicht so oft vorkam jetzt in der Henn-Serie. Aber da bin ich eigentlich auch ganz guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Es war mir relativ früh klar, dass ich hier hingehe und habe natürlich viele Spiele geguckt und habe schon auf meine Chance gehofft und gedacht, dass ich, glaube ich, ganz gut reinpasse. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt so geklappt hat.